Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Empire, mit dabei ist heute leider wieder Tobi. Sehr gut Leute, das war's von dieser wunderschönen Folge. So meine Freunde, wir haben heute was richtig, richtig heftiges. Tobi, hallo, wo bist du? Tobi? Ja, ich komm sofort wieder, ja. Alles klar Leute, wir haben heute was richtig, richtig heftiges für euch und zwar möchten wir erstmal diese wunderschöne kleine Maschine, die wir hier konzipiert haben, fertig bauen. Aber Leute, viel, 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 viel krasser als das. Ist das, was wir am Ende dieser Folge zeigen werden. Aber das machen wir nicht jetzt, weil jetzt müssen wir erstmal etwas anderes tun. Tobi, möchtest du schon mal ganz kurz das Feld machen, was ich da eben angezeichnet habe? Und gib mir mal bis zu den Steinen da bitte, die hab ich nämlich nicht mehr. Bitte, 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 bitte. Dankeschön, dankeschön, danke. So, ähm, das Feld sagst du, oder was meinst du? Genau, richtig, genau, das Feld, was wir jetzt benötigen, Tobi, denn hier oben kommt dann quasi die Ebene mit dem, du weißt schon was drauf, ne? Schau mal, da würde ich nicht. Genau. Dazwischen muss nämlich genau ein Block frei sein, weißt du, was ich meine? Sonst funktioniert das nämlich nicht. So, ne? Dann muss ich eins runter, dann. Ne, so, ne, du musst, genau, du musst, ich kann auch einfach, warte, ich gehe einfach ganz höher, warte. Ja, genau, ist einfacher. Ist dann einfacher. Leute, denn wir haben etwas herausgefunden, wie wir es jetzt tatsächlich mit den Hühnern hinbekommen. Ihr merkt schon, das ist auch totaler Overdryl hier in Hühnern, deshalb müssen wir die auf jeden Fall mal gleich ein wenig ausmerzen, verringern und so weiter und so fort. Ihr versteht schon, worauf ich ihn ausmerzen. Entsorgen. Entsorgen, ja, entsorgen ist ein bisschen hart, Alter. Ganz Spaß. Ja, letztendlich ist es, glaube ich, relativ offensichtlich, wo wir damit hinwollen. Leute, was aber viel, viel krasser ist, ist die Sache, die Tobi und ich eben fertiggestellt haben. Und ihr werdet es nicht für möglich halten. Wir haben das heftigste Luftschiff aller Zeiten gebaut. Und damit meine ich das heftigste Luftschiff aller Zeiten. Also es ist wirklich so dermaßen krass, Tobi. Ich glaube, sowas hat man noch nicht gesehen, oder? Ne, auf keinen Fall. Also sowas, wer sowas schon hat, der ist blauer als wir. Aber hat keiner. Ja, Leute, also wie gesagt, was soll ich sagen? Das Ding ist halt wirklich nicht nur ultra stark, sondern noch vor allen Dingen ultra wendig und ultra schnell. Und wir zeigen es euch, wie gesagt, gleich am Ende. Wir werden jetzt ganz kurz erstmal das hier fertig bauen, weil wir das sowieso noch gemacht haben wollten. Und lassen euch daran einfach teilhaben. Es ist auch, wie gesagt, wieder eine super, super einfache Sache, die ihr einfach zu Hause nachbauen könnt. Das ist gar kein Stress. Also, das ist so dermaßen simpel, Leute. Das sollte jeder von euch easy hinbekommen, um das nachzubauen. Alter, ich werde hier so rumgeschoben von diesen Hühnern. Ja, das ist so viele, ne? Das ist so stressig. Das ist so stressig. Aber wie gesagt, bin ich jetzt relativ froh, dass wir uns da jetzt auf jeden Fall schon mal drum kümmern. So, schaut mal hier, Leute, die Dispenser. Schauen alle nach unten. Was könnte in diese Dispenser wohl reinkommen? Richtig, Leute, es sind später Pfeile. Denn wir werden diese Hühner mit Feuerfeilen tatsächlich bekämpfen. Bekämpfen vor allen Dingen, weil die machen ja auch so viel Böses, ne? Die Hühner, Alter, die ganzen Hooligans. So, pass mal auf. Warte mal, ich gehe jetzt mal hier ganz kurz. Gibt's hier irgendwo? Es gibt hier keinen Ausgang. Das ist das Problem, ne? Ja, du hast den Zaun eingesammelt, Tobi. GG. Nee. Du hast den Zaun. Ich hab ihn nicht. Ich hab keinen. Okay, doch. Hier, mach die rein. Ich hab den Zaun nicht. Ich hab ihn doch. Weg, 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 weg. Geht weg, geht weg. Alle zurück. Nein, die laufen ja alle runter. Oh Gott, Alter. Okay, ich hab auch noch nicht alle Dispenser gesetzt. Warte mal ganz kurz. Ich muss noch hier. Ich mach die mal hier schnell weg, so. Genau, ja. Die Süßen. Wunderbar hier, perfekt. Eine ist sofort rausgelaufen. Hast du noch Dispenser, Tobi? Ja, ja, natürlich. Geh mal her, geh mal her, geh mal her. So, Leute, ich würde sagen... Warte, ich muss da noch irgendwie da rüber und die Lava setzen. Oh, ja. Haben wir jetzt nicht so gedacht. Nee, das hast du vor allem nicht so gedacht, ne? Ja, ich bin schuld. Viel Spaß. Warte, ich hab ne Idee. Kannst du nicht? Ich mach einfach so. Ah, okay. Ja. Willst du Block für Block irgendwie setzen? Nee, ich mach nur die Ecken. Also du musst bei dir noch eins höher machen. Stimmt, sonst läuft das hier runter, ne? Ja. Das ist wohl immerhin verhindern, Leute. Mach schnell, mach schnell. Ich werde jetzt so weggedrückt. Ich glaube, in der Mitte muss aber dann trotzdem noch was hin. So, Leute, dann gehen wir nämlich hier. Oh, scheiße. Einer kann zu dir kommen, aus Versehen. Einem Lava-Block. Alles cool, ich hab ihn weggemacht. Du kannst ihn dann hier oben nochmal neu setzen. In der Mitte musst du auch noch was setzen, Tobi, sonst kommt das nicht ganz hin. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Redstone, wenn du hast. Ich weiß gar nicht, ob ich noch welche irgendwo in der Kiste habe. Ja, warte. Dann werdet ihr jetzt relativ schnell schon erahnen können, wie das Ganze hier funktionieren soll. Und zwar kommen da einfach Pfeile rein, Leute, die die Hühner dann quasi durch die Lava letztendlich einfach rösten. Und dann kommt hier lecker, lecker Fresh Chicken rein. Da muss man nur einmal auf den Knopf drücken und dann haben wir Easy Fresh Chicken, Leute. Richtig, richtig simpel, aber auch richtig, richtig effizient. So. So, ich kenne ganz aus, ob wir irgendwo noch Redstone haben. Redstone hab ich ja auch noch, ja. Ja, dann gib it to me, please. Oh, where are you, man? Give it to me, hier, hier, hier vorne bin ich. Komm mal her, komm mal mit hier hoch, komm mal mit hier hoch. Bin hier oben. So, schau mal, das sieht super aus, genau. Bitteschön. So, dann befüll ich schon mal. Aber warte, bevor du die reinmachst, du müsstest die erst befüllen. Beide. Also dann ist es schwieriger, ne? Sonst geht es schlechter. Ah, okay. So, warte, wo hast du dich denn überall befüllt? Na, hier die Reihe, die obere. Ja, wir haben ja genug Federn für die Pfeile durch die Hühnchen jetzt bekommen. Genau, das ist nämlich das Schöne, Leute, weil wie gesagt, Federn brauchen wir auch, uns keine Sorgen mehr zu machen. Ihr seht hier auch, wie diese Maschinerie geisteskrank perfide funktioniert. Das Ding tickt, tickt und tickt durch und es klappt wirklich, wirklich. So, die nächste Reihe ist auch fertig. Wir können ja theoretisch hier sogar noch ein paar Eier reinpacken, dann geht auf jeden Fall die Hühnerproduktion schön voran, Leute. Natürlich sterben dabei immer ein paar kleine Hühner, aber letztendlich ist der Großteil der Chickens hier auf jeden Fall dementsprechend ausgewachsen, sodass es eigentlich kein Problem werden sollte. So, die Reihe ist fertig, hast du gesagt? Genau, die nächste auch, jetzt auch, ja. Aha, okay. Oh, mein Finger tut weh, ich muss die ganze Zeit die Dispenser hier öffnen. Ja, wenn sie einmal befüllt sind, ist ja easy, dann haben wir 64 mal die Ladung quasi, dann ist das hier relativ simpel. Dreimal 64. Dann sollten sie hier einfach noch Hopper drauf. Ups. Das ist dann einfach ein bisschen einfacher, oder? Befüllen? Ja. Dass man die einfach quasi oben nur noch reinschmeißt, weißt du? Achso, dreimal. Stimmt, ja, ja. Ja gut, aber das reicht jetzt erstmal. Ja, ich mach jetzt einmal immer. Die nächste Reihe ist fertig. So, und so. Läuft. Dann wartet der hier noch nicht. Und der letzte hier ist... Ja, so, jetzt haben wir alle. Bam. Schaut euch an, Leute. Schaut euch das an. Schaut mal her. Wow. Okay, da sind einige... Die Hühner verbrennen. Und jetzt schaut mal hier rein. Was kommt da rein? Da war schon... Da ist schon ein bisschen Fleisch dazu. Bloß wir haben noch ein bisschen was. Jetzt kommt wieder was dazu. Warten mal ganz kurz, Leute. Hier, guck mal. Jetzt kommt wieder was. Ja, seht es euch an, Leute. Schaut es euch an. Wir können das jetzt so dermaßen simpel hier machen, Leute. Schaut euch das an. Stehen da vorne alle in der Ecke. Wieso kommt da nichts runter? Wo? Da vorne in der Ecke sind die sicher. Wieso? Hä? Haben wir da keine Dispenser? Ich weiß es nicht. Vielleicht... Moment mal. Doch, da haben wir Dispenser. Ach, das Signal ist nicht stark genug. Ah, okay, okay, okay. Deshalb, ich dachte gerade schon... Warte, ich mach's mal stark. Ist schon gleich stark, oder? Aha, mach mal. Jetzt mach mal. Wait a minute. Und go. Das funktioniert hier wirklich reibungslos. Die Hühner werden jetzt hier easy reingesnackt. Und wir können es auf jeden Fall jetzt darauf verlassen, dass wir immer gebratenes Chicken haben. So, Tobi. Jetzt würde ich aber sagen, Leute. Kommen wir zu dem, was eigentlich auch im Titel steht. Denn wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es komplett offscreen gebaut, weil es sonst zu lange gedauert hätte. Wir saßen wirklich mehrere Stunden dran. Leute, unser geisteskrankes Luftschiff ist fertig. Ich nenne es die T-1000 War Machine, Leute. Schaut euch dieses geisteskranke Prachtexemplar an. Schaut es euch an, Leute. Zwei Kammer-Systeme, natürlich wieder mit zwei Ballons. Richtig schön groß. Es sieht einfach nur genial aus. Wir haben richtig lange dran gebraucht. Und haben jetzt auch dermaßen viele Kanonen drin, Leute. Das ist einfach unglaublich. Wir haben, glaube ich, acht Reihen an Kanonen. Ich habe das eben schon am Roh gezeigt. Wir haben hier so viele Generatoren drin. Also ihr seht schon, die Leute. Dieses Ding ist wirklich so unglaublich stark. Und ich würde sagen, Tobi bedient das Ding jetzt mal. Wir fliegen mal ein klein bisschen außerhalb, Tobi. Warte, kannst du nicht vergessen. Starten. Okay, wir fliegen los. Wir haben auf jeden Fall diesmal auch einen Glasboden drin, Leute. Ihr seht das hier. Das ist dann deutlich einfacher. Wir können das Ding jetzt hier vorne auf dieser Landungsplattform immer ganz easy landen. Das Problem ist, wir hatten eben schon wieder einen Absturz mit einem unserer Fluggeräte. Das ist leider verschwunden. Und dementsprechend haben wir dieses Ding hier neu gebaut. Und wir sind noch stolzer, als jedes Elternteil auf der Welt sein könnte. Diese Erfindung, Leute, ist das Hefteste, was wir jemals gemacht haben. Pass mal auf, Tobi. Diese kleine Insel unter uns. Schau mal, die stört doch ein bisschen, oder? Ja, die passt hier nicht hin. Nein, nein. Die passt überhaupt nicht rein, ne? Okay. Mach mal allein mal. Allein. Und dann... Ähm, Moment. Allein. Disassemble. Genau. Oh! Tobi. Ja? Das war eben nicht so. Was? Also Leute, ich kann euch versprechen. Das war eben nicht so. Normalerweise, ich glaube, ich glaube, ich habe den falschen Sitz. Wir haben einen Sitz, nämlich, wo man immer wieder rausfällt und sich wehtut, Leute. Das ist, ähm, ziemlich gefährlich. Ich glaube, wir müssen uns einfach mal generell überlegen, dass ich mich dann vielleicht einfach da schon mal selig drauf vorbereite oder mir einfach mal No-Fall-Damage-Schuhe hole. Dann habe ich das Problem auch nicht mehr, Leute. Das ist, glaube ich, die sinnvollste Möglichkeit, die es da überhaupt gibt, weil dann kann ich nämlich einfach wieder von unten aus einsteigen. Und gut ist, dann muss ich mir einfach meine Schuhe ein bisschen verzaubern. So, warte mal, Tobi. Pass mal auf, ich komme mal ganz kurz zu dir. Ich weiß aber noch nicht, ob wir hoch genug sind, ne? Du weißt wegen, wie weißt TNT sich oft selbst zu uns verstreutert. Flieg mal, flieg mal, flieg mal noch was höher, flieg mal noch was höher mit dem Ding. Ja. Warte. Schaut euch dieses Ding an, Leute. Schaut euch das an. Es ist einfach so dermaßen majestätig. Okay, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Stopp. Ja, ich stehe schon. Allein, disassemble. Okay, pass auf, ich versuche jetzt irgendwie hochzukommen. Ah, nein, nein. Oh nein. Was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Okay, Leute, was soll ich sagen? Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Ich glaube, ich sollte mir einfach ein paar von diesen seltsamen No-Fall-Schuhen holen. Ich glaube, das würde das ganze Problem dann auf jeden Fall kitten. Tobi, bau da mal ganz kurz irgendwie was hin, dass ich da irgendwie mal draufkomme mit meinem Stab. Warte mal, ich versuche da mal. Kannst du an die Leiter hier, oder? Ich habe es geschafft, okay. Sehr gut, ich bin drauf, ich bin drauf, ich bin drauf. Alles gut. So, okay. Warte, ich gehe ganz kurz oben rum, ich gehe ganz kurz oben rum, Leute. Das müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen überarbeiten. Wir brauchen hier oben noch vielleicht eine Einstiegsluke und so weiter und so fort. Aber das kriegen wir alles noch hin. So, pass mal auf. Tobi, die Onger hier sind alle befüllt, oder? Ja, sind alle befüllt. Sehr gut, okay. Dann würde ich sagen, time to run the clock. Warte, die ist noch nicht fertig. Warte, dir fehlt noch was. So, jetzt. Die läuft. Tobi, gib mal Redstone. Gib mal Redstone, bitte. Du warst eine Eins, glaube ich. Ja, du warst eine Eins. Ich würde sie nicht zu lange laufen lassen. Schaut euch das an. Ich hänge mich mal hier an die Leiter unten. Schaut euch das an, Leute. Oh Gott. Was zum Teufel. Die Insel ist weg. Man kann hier auch runtergucken, stimmt. Schaut euch das an, Leute. Das ist so dermaßen OP. Wie gesagt, hier noch mal gleich viele Leute, die es nicht gesehen haben. Oh mein Gott. Schaut euch diesen Bomber an, Leute. Das ist einfach nur geisteskrank. Das ist einfach nur geisteskrank. Und wir sind echt stolz darauf, dass wir sowas geisteskrankes irgendwie entwickelt haben. Wollen wir uns mal runtergucken, oder? Ja, pass auf. Flieg du mal zurück. Ich gehe mal ganz kurz nach unten, Leute. Schaut mir das mal hier näher an. Schaut euch mal bitte diesen Schaden hier an, Leute. Wir dürfen halt nicht ganz hoch sein, weil das TNT dann irgendwann in der Luft explodiert ist. Deshalb muss man quasi, je tiefer man buddelt, umso tiefer muss man runtergehen. Wären wir tiefer gewesen, wäre das TNT natürlich hier komplett in den Boden reingegangen. Aber Leute, ich glaube, ihr seht auf jeden Fall, dass dieses Prinzip ultra gut funktioniert. Schaut euch dieses majestätische Prachtstück an, Leute. Es ist wirklich echt eine Augenweite schlechthin. Warte, ich steige noch kurz. Singt noch mal ein bisschen ab. Ja, ich musste ganz kurz wackeln nämlich hier ein bisschen rum. Ich steige noch mal hier ganz kurz rein hier. So, und jetzt zurück, Tobi. Bist du drin? Ja, ich bin drin. Alles gut. Ah, ich sehe dich. Jetzt fliegen wir zurück in unsere Stadt, Leute. Dieses Teil ist wirklich das heftigste, was wir jemals gebaut haben. Wir sind so dermaßen stolz drauf, Leute. Warte, Tobi, geh mal ein bisschen runter. Ich lote dich rein, ich lote dich rein. Warte, warte, warte. Hey, warte, warte, warte. Ich glaube, ich kann rausspringen. Yes, okay, alles gut. Okay. Okay. Jetzt versuch hier zu landen. Versuch auf diesen Dingern zu landen. Genau. Runter, 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 runter. Ein kleines bisschen hin. Ich kann nicht mehr weiter runter gleich. Kleines Stück nach hinten, kleines Stück nach hinten. Desamble mal. Okay, mach mal. Ja, weil ich kann allein mal, so. Okay, mach mal. Und go. Ja, passt so ungefähr. Steht jetzt ein bisschen in der Luft, Leute. Ist aber gar nicht so schlimm, weil es ein Luftschiff ist. Ja, es schwebt, ja. Ist halt auch ein Luftschiff einfach. Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei. Dieser ganze Prozess hat echt lange gedauert. Wir haben es geschafft. Und ich würde sagen, Leute, in der nächsten Folge sehen wir es dann wieder. Morgen um 12.30 Uhr natürlich wieder. Schaut auf jeden Fall bei meinem Twitch-Videos vorbei. Lasst Tobi ein Abo da. Und das war es von dieser wunderschönen Folge von Minecraft Empire. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal.